Und Unternehmen, denen es gelingt, uns dort abzuholen, das zu adressieren, die Deckungsgleichheit herstellen zwischen dem, was uns als Konsumentinnen und Konsumenten bewegt, auf einer emotionalen Ebene und dem, was Unternehmen auf einer emotionalen Ebene versprechen, das sind die Unternehmen, die am Ende des Tages das Rennen machen werden. Das heißt, es geht weniger um Produkte als vielmehr um zum Beispiel die Überzeugungen dahinter. Woran glaubst du? Woran glaubst du bei diesem Produkt? Warum glaubst du, dass das die Lösung ist, die Menschen brauchen? Aus welchem Ärgernis heraus ist diese Lösung oder dieses Angebot entstanden? Was regt dich furchtbar auf und hat letztlich dazu geführt, dass du das tust, was du tust? Oder was hast du einfach für dich in deiner Lebenssituation oder in der Lebenssituation anderer Menschen entdeckt, was Menschen einfach zurückhält, wo du gesagt hast, da bist du jetzt da, um eine Lösung zu bringen? Ich zum Beispiel stehe heute aus einem einzigen Grund da. Ich bin Unternehmer aus absoluter Leidenschaft und aus tiefster Überzeugung. Und ich habe wirklich in den letzten Jahren erfahren dürfen, dass es einen Weg gibt, als Unternehmer Erfolg und Erfüllung unter den Hut zu bringen. Dass es möglich ist, ein Unternehmen aufzubauen, das wächst, das gedeiht und das mich gleichzeitig nicht auffrisst. Das es mir auch ermöglicht, meinen unternehmerischen Traum zu verwirklichen. Und genau da möchte ich jetzt einen Beitrag leisten, weil ich einfach sehe, dass so viele Unternehmerinnen und Unternehmer sich jeden Tag abstraucheln, abhackelen, dothackeln. Und es schaut trotzdem nichts raus. Und da kann ich nicht zuschauen. Das ist mein Antrieb jetzt, Menschen was mitzugeben. Menschen was mitzugeben, die in einer Situation sind, in der vielleicht ich auch schon mal war. In einer Situation, wo ich mir gedacht habe, ah, ich buddel rein und es kommt nicht. Oder in einer Situation, wo ich mir gedacht habe, ich halte das nicht mehr aus, dieses Hamsterradl, ich will raus. Und da will ich was beitragen. Und wenn es dir jetzt genauso geht, dann haben wir vielleicht jetzt eine Verbindung aufgebaut. Und wenn ich dir jetzt anfange runterzuleiern, was meine Firmen tun und anbieten, dann schaltest du den Livestream jetzt aus und bist weg. Das ist aber genau das, was du vielleicht tust. Du klappst den Kunden vor und sagst denen, das können wir, das können wir, das können wir. Immer nur in der Ego-Perspektive. Wir haben so ein tolles Produkt, wir sind so super, kauf uns doch, tu doch. Also schon die Menschen dort abzuholen, wo sie sind. In ihrem Leben. In ihren Träumen. In ihren Bedürfnissen. Und genau darum geht es. Und es ist aus einem einfachen Grund zu entscheiden, weil wir auch, und das erleben wir ja, wenn wir selber auf Einkaufstour gehen, oder? Einkaufstour heißt ja heute mittlerweile eine völlige Reizüberflutung. Wir können ja gar nicht mehr erfassen, was es da draußen alles gibt. Also suchen wir die Einfachheit. Also suchen wir die Einfachheit in den Antworten. Und Features, Funktionen, Leistungsmerkmale sind halt immer nicht einfach. Aber wenn wir jetzt sagen, dieses Produkt beinhaltet eine klare Überzeugung. Bleiben wir doch beim Brotbäcker deines Vertrauens. Der findet, dass einfach ein Brot 24 Stunden oder 48 Stunden rosten muss und dann doppelt gebacken werden muss. Weil sonst ist es kein anständiges Brot. Wenn du das auch glaubst, dann wirst du dort einkaufen. Ob das Brot jetzt einen Euro mehr oder weniger kostet, wird dann vielleicht keine Rolle spielen. Weil du sagst, der ist ein anständiger Bäcker. Der nimmt sein Handwerk ernst. Der meint das richtig ernst. Der lässt sich Zeit, lässt den Teig ruhen, dann packt er es doppelt. Wir sind da nett. Andere machen die schnell, schnell Bäckerei. Und der legt richtig was rein, Herzblut rein. Und das holt dich ab. Und dann sagst du, ja da, bei dem kaufe ich ein, weil das taugt, weil das unterstützt sich. Und es ist ganz interessant, dass auf dieser emotionalen Ebene ganz andere Denkprozesse stattfinden. Während wir in einer komplexen Welt ja nur bedingt Informationen verarbeiten können, in einer Komplexität, ist auf der emotionalen Ebene eine Entscheidung sehr rasch getroffen. Es gibt diese mittlerweile ja Nobelpreis dekorierte Theorie vom schnellen und langsamen Denken. Wir müssen Menschen ermöglichen, Impulsentscheidungen zu treffen in unserer Kommunikation. Und Impulsentscheidungen sind immer Emotionen. Impulsentscheidungen sind nie Features, Funktionen, Komplexitäten. Impulsentscheidungen ist immer, ich kaufe, was ich sein will. Ich kaufe, wer ich sein will. Ich kaufe, was ich ausdrücken will, zu sein. Wenn wir das einmal verstanden haben, dann wissen wir, dass wir eigentlich ganz was anderes verkaufen. Dass wir kein Produkt verkaufen, sondern dass wir ein Gefühl verkaufen. Dass wir vielleicht Verwirklichung verkaufen. Und dann werden wir in unserer Kommunikation völlig andere Wege gehen. Damit wir das erreichen, müssen wir aus meiner Sicht ein neues Kommunikationsmodell anwenden, in dem wie wir auch auf Kundinnen und Kunden zugehen. Ich nenne dieses Modell ansteckende Begeisterung. Weil ich will eigentlich fast keinem Unternehmer, keiner Unternehmerin absprechen, dass jeder im Regelfall mit wirklicher Leidenschaft und Begeisterung am Werk ist. Nur meistens halt eben mit Leidenschaft und Begeisterung fürs eigene Produkt. Und dann sprudelt es natürlich auch, ja, und dann spiele ich auch Emotion. Aber trotzdem springt der Funke nicht über. Damit der Funke überspringt, braucht es nämlich, neben dem, wofür ich brenne, als Unternehmer, als Unternehmerin, nur eine zweite Dimension. Die Dimension, die der Schlüssel dafür ist, dass der Funke überspringt. Und das ist Bedeutung für andere. Das heißt, ansteckende Begeisterung, das Konzept, das ich für mich definiert habe, findet statt am Schnittpunkt von dem, was wichtig für mich ist, wofür ich brenne, und was gleichzeitig Bedeutung für andere hat. Und wir müssen eines lernen, dass wir unsere Kommunikation auf die Bedeutung für andere konzentrieren. Und wenn du heute kritisch gehst auf deine Unternehmenswebsite und dann mal ganz kritisch drüber gehst und überprüft, was kommuniziere ich da. Kommuniziere ich da, was mir wichtig ist? Was ich ausdrücken will? Oder kommuniziere ich da, was Bedeutung für das Leben meiner potenziellen Kundinnen und Kunden hat? Dann willst du vielleicht feststellen, da gibt es Raum nach oben. Da kann man noch was tun. Kommunizierst du ein Werkzeug, das du Kunden verkaufst und bist ganz stolz, wie ausgefeilt dieses Werkzeug ist? Oder verkaufst du deinen Kundinnen und Kunden das Ergebnis, nach dem sie streben? Warum ist das so wichtig?